Hallo, herzlich willkommen bei Wetten, was? Sind Sie auch so aufgeregt wie ich? Oh, ich bekomme gerade ein Zeichen. Wir sind schon wieder 30 Minuten über der Zeit. Da habe ich gerade die Gelegenheit, Ihnen unseren ersten Kandidaten vorzustellen. Es ist Baldur von Hering. Herr Hering behauptet, dass er sämtliche Jahreszahlen seit Christi Geburt in der richtigen Reihenfolge hintereinander aufsagen kann. Ich halte das für schlicht und möglich bei so vielen verschiedenen Jahreszahlen und sage deshalb, top, die Wette gilt. Bitte sehr, Herr Hering. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Na, das wird ja wohl noch eine Weile dauern. 1798, 1799, 17, äh, 1800. Uh, das ging ja nochmal gut. 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1945, 1946, 1946, 1946. Aus, aus, Herr von Hering, aus. Ja, aber wieso denn? Sie haben ja tausend Jahre vergessen. Der Wohmann-Moderator, habe Fehler gemacht. Bitte abtreten zu dürfen. So, und nun kommt jetzt zu unserer letzten Kandidatin, Frau Surbier. Frau Surbier ist Wünschelroutengängerin und behauptet, mit ihrer Wünschelroute Backwaren aller Art ausfindig machen zu können. Nun, wir haben da was für Sie vorbereitet, Frau Surbier, und sagen deshalb, top, die Wette gilt. Hier, hier muss sich in 30 Meter Tiefe ein Christstollen befinden. So? Meinen Sie wirklich? Na, dann wollen wir mal gleich mit den Grabungen beginnen, wenn Sie so lange Platz nehmen würden.